Herzlich Willkommen bei Match Me If You Can. Hier ist Frage 1. Wer von euch beiden trainiert härter? Frage 2. Wer ist der talentiertere Fußballer? Frage 3. Wer von euch beiden hat den besseren Musikgeschmack? Frage 4. Wer ist Zweikampfstärker? Frage 5. Wer von euch beiden hat den besseren Schmäh? Frage 6. Wer ist beliebter bei den Teamcast' Thens it? Frage 6. Wer ist beliebter bei den Teamcast' then? Fremdkameraden? Bro! Freddy is not here, bro, you are dead. Frage 7. Wer is der Schlauere? Please, Tommy, please. Please. I already did it. Just be honest. Thank you, thank you. Frage 8. Wer von euch beiden geht öfter zum Buffet? Wer mehr isst? Sicher. Schau ihn an und schau mich an. Okay, weiter. Frage 9. Wer ist öfter bei den Physiotherapeuten? Good to me. Bravo, Bro. Frage 10. Wer trinkt mehr Red Bull? Bravo, Bro. Frage 11. Wer kommt in der Damenwelt besser an? Frage 12. Too many heartbreaks. No. I like only one girl, but they like me. Frage 12. Frage 12. Wer von euch beiden ist der Eitlere? Frage 12. Frage 13. Wer von euch beiden verdient mehr Kohle? Frage 12. Das ist okay für mich. Money ist nicht alles. True. Frage 14. Wer schnarcht lauter? FIFA? Oh mein Gott. Ah. Ja, ich weiß nicht wie er macht. Ich habe noch nie mit ihm gelten. Aber ich glaube... Bro, Bro. Frage 15. Wer ist besser bei FIFA? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Das war's. Ich habe nie gespielt. Me, too. Nein. Oh mein Gott. Wie viele mouth exclusively werden? Oh mein Gott. haciendo Hypnąate�? Von euch möchtest nur raus匠�. Un 29. Schmerz. Warum steckt sie? itch ist sie �on Acht!